ein bisschen eisen brennen das ist ja schön irgendwie die wegkommen wieder mitgenommen ich nicht also alle müssen die haben weil die nicht kaputt gegangen ist das einzige was ich nicht gefunden habe dann müssen wir eine neue machen ich habe gar keinen holz ich habe noch eine weltbank entschuldigung bitte zwei öfen ja noch mal zwei öfen wir nämlich in einem essen machen da hinten geht es auch noch weiter da ping oh ist gold hoi ich hab gold gefunden wer willst mit gold kann man mittlerweile was neues draus machen da brauchst du im endeffekt nur für schieten ja ich glaube das geht auch man kann die uhr unter uns ist glaube ich lava weil ich höre die oh ich hab auch das ideale gefunden oh schick aber dafür brauchen wir nun diamant ja aber das ist durch die diamant höhe da können wir ja gucken gehen los stein hacke gehen putt irgendwas ging kaputt ich weiß nicht von wem meine stein hacke ich wollte jetzt eigentlich kommen aber schon eisen gebrannt ist ja wir haben schon eisen da haben wir dann auch stein hacke wir haben ja auch genau zwei ja natürlich die ich noch ein wert ja vorschuss für diesen monat ne jo morgen kommt übrigens auch noch ein geiler film sextape mit jason siegel und cameron diaz sagt richtig oh hier ist redstone ja nimm jetzt mal mit hier woanders runtergegangen als ich das glaube ich auch nicht mit ich hab mit eisen abgebaut du bist noch nicht du eisen und ich hab ne eisenbark ne scheiße ich hab noch die steine in der hand du bist du wo bist du ali ich sehe mich nicht ja ich hab schon kaputt gemacht kein ding klick klick oh fuck ist das groß ich hab dir ein bisschen essen aus dem ofen da wenn wir das alles brennen wollen was wir jetzt dabei haben dann steht hier noch eine stunde ich laufe schon weiter ich laufe schon durch die gegend hier ja aber wir können ja noch nicht zu weit weg gehen dann ist ja auch kacke lass uns die sachen gleich erstmal mitnehmen und dann wieder unten beim obsidian mal ein bisschen rum ja weil ich das jetzt hier diamante weiß ich nur so erwähnen ganz nebenbei das der schwedende schwedende was der schwedende ja genau unos dos tres quadro äh ja dann machst du gleich eine diamante wenn du noch kannst das heißt fünf auf spanisch eine diamante oder sowas kann auch sein dass portugiesisch war das war ja ich habe nämlich sieben schöne ja dann macht ihr gleich die diamante und im obsidian mit ich habe keine ahnung also ich bin jetzt beim obsidian ähm alter gerade wusste ich nur wo ich her gelaufen bin ich sehe euer namen ich bin auf der falschen seite ausgespricht wo 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 wer ein bisschen abgesichert steht wo wo war ich bin jetzt gerade da wo ähm unser ofen stand ja wir sind unten hier hallo na wie wer hat denn die werkbank ja können äh jetzt mal die werkbank redstone mitnehmen oder nicht allein schon wegen der erfahrung also nicht die erfahrung boah ich hab redstone mitgenommen soll ich dir mal leben hier ein steinkranz cool wie viel brauche ich zehn fürs portal ne für äh und für baue tisch brauchst du glaube ich nochmal zwei oder so ich glaube mehr an dem 15 oder sowas oder 6 20 fertig naja so lange will ich auch nicht auf dem tunnel wollen ja nicht wollen ja nicht guide da hinten ist nicht mehr viel ne da geht es auch nicht mehr weiter aber ja ich bin grad wo ich gerade hingegangen bin da war noch ganz viel bau mich ruhig ein die treppe hier vervollständigt ja so nimmt man das heutzutage ja ja aber mit dem ich habe noch ich habe noch acht steaks dabei ich hab nur sechs schwein im moment versorgt er kann die hier nicht helfen gold hat er glaub ich gesagt aber ist egal 10 tück hab ich gold oder ob sie die haben ich stelle mir vor gold wird so lange gebrauchen um abgebaut zu werden innen hat sich gerade die beine gebrochen nechel verstaucht ein bein geboren hörst du die ganze zeit nur so blub 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 also bei mir läuft es auf jeden fall flüssig würde ich behaupten ich spiele auch die ganze zeit konstant 60 frames hast du v-sync an ich habe eigentlich nie v-sync an egal bei welchem spiel doch gut so hast genug obsidian dann ich laufe übrigens immer noch im holzfeld um ich sage besser nichts ja soll ich dir sagen wie viele frames habt ja warte ich stehe so wie ich jetzt hier stehe 200 sagt mein sagt mein minecraft mir einen moment gerade eben bis es sich einigermaßen eingepickelt hat 435 auch schick also flüssig hier bin ich gerade weitergelaufen ich weiß nicht ob ihr weiter wollt oder wieder hoch ja wir können ja hier noch ein bisschen weiterlaufen wir haben da noch essen und alles dabei eigentlich hier rum oder ich glaube ich bin hier rumlaufen ja hier rum uh skett wow 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 da gehts ja runter ja ich bin einfach weitergelaufen auch gut und oh geil laberfall ein laberfall das ist ein akuter fall von laber da gab es einen in unserer stufe was der hatte akuten fall von laber was das ist ein schulspricht aber ja war nicht mehr falle heute kohle nicht abbauen ich habe fast ein stack schon ein bisschen mehr als ein stack aber auch schon zwei oder drei ich habe ja gerade fleißig erfahrung beim kohle abbauen ich würde gerne machen dann habe ich gleich meine roten steine was ja du weißt was nein weiß ich nicht und du musst mir grad nachfängst ne die ganzen roten cobblestone der hier ist achso dann bist du oben weitergelaufen oder unten äh ich bin hier grad in ne sackkappe gelaufen ich komme nicht zurück dann laufe ich oben lang dir gehts auf jeden fall noch weiter ich habe äh leider fackeln mehr leider fackeln mehr leider keine oh gold oh geil ach du meine wieder ist das groß hier ah es klett aus zombie das gold muss man eben einer mit einer äh äh ich habe ein problem du bist ich habe keine waffen mehr oh äh schuld guck mal da oben hoch oh gott what the fuck weg 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 ich bin fast gestorben obwohl ich nicht mal nah dran war da kommt noch ein zombie du haha heihappen 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 du du da Alter ist das groß und fabrik für dich du du da du du da du du da guck mal ja bitte guck mal okay du sagst aus als dass du direkt ein fein genommen ins auge gekriegt aber ja das sieht auch so aus naja ich bin auch ein bisschen durchlöckert ach du minimal wenn wir mal einen der die wegbank du hast die wegkommen mitgenommen stell ihn mal bitte wieder hin ich hab gar kein holz hat einer holz ja wenn wir mal einen stick ein stick reicht für ne waffe weppen ja ne weppen yes baut mir schon wieder geboten und die füße weg ey ich baue nur die cola ab und finde dabei gold die weh fangen wir aber ja nimm mal mit so links oder rechts janus ist rechts danke ja das verläuft im kreis gleich wieder oben raus wo ich denn jetzt gelandet oh gott hier ist dunkel oh gott wo bist du denn wo seid ihr denn da hier rechts keine fackeln aber hier ist arsch dunkel hier hör doch nicht hin hier geht es irgendwo noch hier ist eisen eisen ist gut und ich hab minecraft höhenräuche ich au hi na hier ist auch ein kreis hier kommt hier oben wieder raus oh creeper aber hier oben ging es noch weiter meint ich da dritte sehen wir es warm da steht ein creeper da steht ein creeper da steht ein creeper hüah das war knapp habt ihr eigentlich tube clash geguckt? hier unten geht es noch weiter ich glaube das habe ich Julian schon mal gefragt ja die erste folge habe ich geguckt seitdem aber leider nicht mehr das ist so cool duke clash duke clash sowas wie dschungelcamp nur mit youtuber und im comic stil richtig cool mit dabei unter anderem gronk äh glp kelly jetzt muss ich gucken wenn ich das nicht soppel mache doktor allwissens lefoyd lefoyd chan ähm coldmirror oh spinne den auch nicht vergessen Julian Julians block hab ich irgendjemand vergessen? Taddle alter alter ist es groß ey alter also dass man so auf dem ersten schlag so eine große hölle hat ist nicht gerade oft so alter ist hier viel eisen und alles das geht ja gar nicht klar das geht ja gar nicht klar das geht ja gar nicht klar meine Fresse echt riesig ja ich habe ich liebe los die go die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020